Hallo da draußen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mal ein für mich ziemlich störendes Hindernis entfernen. Das Kabel ist steif und sperrig. Auf dem Boden meines Enclosers schabt es artig hin und her. Aber es arbeitet sich auch gerne mal Stück für Stück in den Laserbereich. Ganz klar eine Schleppkette muss her. Da die Schleppkette schon erfunden wurde, habe ich mich einfach für ein Modell von Singiverse entschieden. Das Haupt-Kettenglied benötige ich dafür 38 Mal. Da mein Drucker mich im Moment nicht mag, sind meine Druckergebnisse nicht sonderlich schön, aber es geht hier ja auch nicht um einen Schönheitspreis. Das Endstück benötige ich nur einmal, ich werde es in einen Halter schrauben. Oder vielleicht noch klemmen. Für das andere Ende habe ich das Endstück abgewandelt und werde es direkt am Laser befestigen. Ein kleiner Steg, um das Kabel etwas vom Stecker zu trennen. Und für die Verschraubung zwei Löcher. Nun noch die Halterung für mein erstes Endstück. Die Teile sind jetzt fertig, sie sind stabil und passgenau auf meinen Laser abgestimmt. Und da meine Halterungen Sonderanfertigung sind, ist der Druck relativ schnell gemacht. Während die gefühlten 3000 Teile ewig dauerten. Unter Umständen wäre hier vielleicht eine gekaufte besser. Die Kettenglieder können nun einer nach dem anderen ganz einfach zusammengesteckt werden. Die Gelenke der zusammengesteckten Kettenglieder sind durch den schlechten Druck etwas träge. Werden aber durch den Abrieb vom Hin- und Herbewegen schnell geschmeidig. Jetzt können wir die Teile montieren. Zunächst haben wir das Gerät vom Strom getrennt, die Kabelbinder entfernt und den Stecker gelöst. Die Kettenglieder können nun mit einer Schere in der Mitte aufgetrennt werden, um die Kabel durchzudrücken. Ich habe mich aber dagegen entschieden und möchte das Kabel durchschieben. Unwegsame Kabelbereiche haben wir mit dem Klebestreifen umwickelt und das Kabel durch die Glieder geschoben. Den ersten Halter haben wir nun vorne rechts neben dem Controllergehäuse mit den Schrauben vom Fuß des Lasers verbunden. Der Halter ist etwas erhöht angebracht, so dass er über meinen Fußhaltern liegt, die ich in meinem Gehäuse verschraubt habe. Der Halter ist nun befestigt und ein Bewegungstest auf der Y-Achse zeigt, dass er dem Schlitten der X-Achse nicht im Wege ist. Das Endstück der Schleppkette kann nun in den Halter gedrückt werden. Möchte man diese verschrauben, sollte man das Formanbringen des Halters machen. Als nächstes wird der zweite Halter über dem Motor angebracht. Im Wagen über dem Motor befinden sich zwei Löcher, durch die wir den Halter befestigen. Den Halter könnte man noch etwas stylischer gestalten, aber mir kommt es hier mehr auf Funktion und Stabilität an. Wir haben hier zwei alte Schrauben genommen, etwas lang und schief, aber sie halten. Nun das letzte Kettenglied mit dem Halter 2 verbinden. Er wird genauso wie auch schon die anderen Glieder einfach zusammengesteckt. Jetzt noch den Stecker einstecken. Und das restliche Kabel, wie bekannt, über die X-Achse führen und an den Laserkopf anschließen. Die Schleppkette liegt nun gerade neben dem Laser und ist sehr leichtgängig. Die leichten Knicke in meiner Schleppkette werden sich, wie erwähnt, durch den Abrieb im Laufe der Zeit noch etwas geschmeidiger verhalten. Auch wenn das natürlich nur ein optischer Effekt ist. Jetzt mache ich noch einen Test, wie sie sich verhält in meinem Encloser mit einem Testlauf. Ich zeige euch das hier mal aus mehreren Perspektiven. Auch nach mehreren Testfahrten liegt die Kette parallel zum Laser. Wenn der Schlitten nach hinten fährt, hebt sich die Kette ein wenig an, setzt sich aber durch das steife Gebilde der Kette wieder parallel zum Laser ab. Somit kann ich auf eine Bodenbefestigung verzichten. Das macht mein Laser mobil, gerade wenn ich zum Lasern höhere Objekte meinen Laser höher setzen muss. Mein Fazit dazu? Endlich! Nicht nur, dass es aufgeräumter aussieht, das Kabel hat ein festes Zuhause und es stört nicht mehr. Für mich ein absolutes Muss an meinem Laser. Auch für die X-Achse werde ich mir auf jeden Fall noch eine erstellen. Wenn ihr auch daran Interesse habt, werde ich dafür auch noch ein Video machen. Jetzt gab es noch eine Frage in den Kommentaren nach der Lautstärke des Kompressors. Ich habe hier zuerst den Kompressor und dann den R-Assist im Betrieb. Das hier ist natürlich keine professionelle Messung, also ohne Garantie. Jetzt noch eine kleine Vorschau auf mein nächstes Projekt. Ich habe mich doch dazu entschlossen Endstops einzubauen. Ich habe mir ein paar aus dem Internet bestellt und wenn alles klappt, zeige ich es euch in einem meiner nächsten Videos. Wer das nicht verpassen möchte, darf mich gerne abonnieren. Ich hoffe auf bald und danke, dass ihr mir zuschaut. Dicke Regenküsschen Dicke Regenküsschen Dicke Regenküsschen Dicke Regenk 등 Dicke Regenk news Dicke Regenk